Ich glaube, dass es hier oben einen Brief war, wo ich es ongenommen habe. Da ist es schön. Ich muss auf jeden Fall in die Luft jagen, dann habe ich doch alle hier in der Quest auch wieder fertig. Das Team ist einfach wieder unterbrochen, dann haben wir wieder Probleme gehabt. Anscheinend. Perfekt gelandet. Hyperion verkündet stolz, dass ihre zweijährige Lieferung an Medikamenten verdoppelt wurde. Glückwunsch zu ihrem zweiten Fläschchen Aspirin. Ja, die Sache ist die, bis ich ein halbes Bild hochkomme, wenn sie auf einmal. Kann ich hier hinten rum? Ich glaube, sie ist einmal komplett außen rumlaufen. Ich denke mal, das müsste gehen eher einmal außen rum. Aufgefressen wurde er? Womöglich gibt es hier eine Moral von der Geschichte. Wer sich aber mit der Natur anlegt, wird gefressen. Hat sich in meinem Kopf viel tiefschürfender angehört. Verzeihung. Joa, ne? Gut, hätten wir das hier schon mal fertig. Und jetzt können wir auch noch... Ähm... Ganz kurz. Die sind auch hier verteilt. Ah, ich wusste es. Hyperion macht darauf aufmerksam, dass Eigenmächtigkeiten mit einer Einfachfahrkarte in den Grinder geahnt werden. Ich weiß, die wiederholen sich hier. Ich wusste es. Egal, zum Glück können wir die hier schnell einsammeln. Ups. Fast daneben, ich habe kurz am Kopf gekratzt. Ach, unten drunter. Äh, ja. Jupps. Ich glaube, ich muss hier hoch. Diese verdammten Würmer, ey. Bam, das Gesicht. Komm, hier noch einer. Das gibt's nicht einfach so wahnsinnig viele von denen. Was ihr seht, ist nur durch. Wer tut uns, das bin ich. Komm her. Bam. Aufmerksamkeit. Viecher nerven sowas von. Sie nerven einfach nur. Das nerven wohnsinnig. Kontinuit hoch. Wie, jetzt doch nach oben. Äh, ja. Ich bin irgendwie extra runter. Wie komme ich denn da dran? Bin ich umsonst runtergedüst? Das ist jetzt gerade ein bisschen weh. Ich weiß nicht. Warum? Muss ich mich hier mal umsehen. Das war das nächste. Ich hab gleich gedacht, es geht schnell, aber... Schnell ist was anderes. Ist das hier irgendwo? Ach, da hinten geht's runter. Ja, das weiß ich. Ich schwore doch nicht. Ist ja jetzt auch wieder schön und gut, aber wie soll ich denn da... reinkommen? Wie soll ich denn da reinkommen? Einmal außenrum wieder. alles umliegen, was sie in den Weg stellt. Am besten mit der kleinen hier. Ja, nix. Ja, wie soll ich denn da dran? So eine Waffenkiste. Aber, äh... Ist echt so simpel, wie es aussieht. Anscheinend. Ich werde sterben. Roland hat mich nach Sanctuary zwangsübersiedelt. Angeblich zu meiner Sicherheit. Aber die Bewohner dieser Stadt sind eine Zumutung. Eine junge Frau sagte heute Hallo zu mir. Ich stachte sie an, während mein Verstand fieberhaft einen Weg suchte, dieser unfreiwilligen Interaktion zu entkommen. Als mein Gesicht durch den Stress zunehmend rot anlief, platzte ein Blutgefäß in meiner Nase und eine Blutfontäne aus meinen Nasenlöchern spritzte uns beide voll. Sie rannte schreiend weg. So froh ich zu diesem Zeitpunkt auch war. Ich fürchte, dass Blutfontänen aus meiner Nase keine realisierbare Langzeitstrategie sind, um Konversation zu vermeiden. Ah ja, nur weil einer Hallo gesagt hat. Leider, ähm, nur Schrott. War guter Schrott zum Verkaufen. Ja. Kann ich wieder hoch, oder? Auf ein neues. Und wieder außen rum. Und wieder zum Wagen hoch und dann weiterfahren. Es ist fies von denen gemacht. Richtig schön versteckt. Nee. Warum? Warum? Über diesen dünnen Balken nach außen reden, die ganz normal durch die Tür durchgehen. Nee. Nee, nee. Ein Skillpunkt zum Verbessern kommt, verbessern wir den, bevor wir noch weiter genervt werden. Ähm, Badass-Token-Sonderheim auch. Nachhaltig-Schwing, ja komm, immer ganz gut. Feierrate. Kritischer Trefferschaden, Nahkampfschaden. Kritischer Trefferschaden. Passt mir der Klasse bei uns. Ich hau hier mal einen Krit-Treffer raus. drücke V und sicher kreuzeln, dann fahren. Ah, Spezialka. Oder. Okay. Oder. Die Sache ist die, kann ich auch schon. Naja, das nächste kann ich demnächst nicht weiterentwickeln, aber. Was ist das hier unten? Okay. 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 Das heißt, dass du ganz leid hier, äh, Dauercill machen kannst. Ich bin unsichtbar. Phantom inmitten der Schlacht. Achso, ich muss einen angesehen wahrscheinlich, damit das zählt. Gut, 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 gut. Und rein. Langsam, 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 ich will nicht runterfallen. Alter. Wie mache ich das schon mal? Ne, siehste? Hätte ich die Quests gleich mit abhaken können. Probieren wir es mal aus. Äh, ich wusste nicht, wie ich den genau ausführe. Ich kann einfach nur ausführen und dann... Nix passiert. Ausführen und dann war's. Und die sich rumtreibt. Die alten Fragen haben mich heute wieder beschäftigt. Als ich einen ausgeweiteten Skag an meine Eingangstür nagelte, um Besucher abzuschrecken. Was will Jack mit dem Kammerschlüssel? Hat der Schlüssel sich die ganze Zeit nur aufgeladen, als er in meinen Besitz war? Hat er sich darauf vorbereitet, seine Alienkräfte auf Pandora zu entfesseln, um mehr Medium zum Vorschein zu bringen? Oder noch mehr Alienruinen aufzuschließen? Ich werde mich eingehend mit diesen Fragen befassen. Sobald ich meine Wände scheinbefiniert habe, um von dem permanenten Frohsinn der Bewohner von Sanctuary verschont zu bleiben. Ja, das Ding schießt viel auf einen. Scheinen darf man da nicht lang. Ja, auch wieder ein gewaltiges Ding. Ja, dass mir gerade nicht zu heftig ist. Errede ihn nicht, aber sowieso mal mit. Gerne. Spider-Seat brauche ich jetzt nicht zerlegen. Sobald explodiert und so stammt vor so einer Welt wie Alltag, ey. Horror. Überlegst du, lebst du nicht dann. Du bist jeden Tag in irgendwas zerfetzt oder so. Ganz kurz gucken, scannen auf der Karte. Na, klasse, wieder einer in einem Geat, wo wir noch nicht waren. Das feier ich ja. Habt mir halt noch nicht ganz erkundet. Ich bin dir, die Küche. Naja, ich muss einmal durch den Tunnel durch und dann sehen wir weiter. Ich glaube, ich muss durch den Tunnel durchmachen. Was sind das da hinten? Wenn man so ein Luftding ist. Ja, gut. Ich muss irgendwie hochkommen. Über die andere Seite wahrscheinlich. Ich hole zuerst mal das Ding, was wir schon, ähm, wo wir schon wissen, wo es ist. Was wir schon erkundet haben. Hier war ich ja noch gar nicht. Ich kenne mich ja gar nicht hier aus. Nein. Oh Gott, das will nicht. Ich war erst 3000 Mal hier für den einen Quest. Ich kenne die Strecke bald aus. War es da vorne? Ja, das war da vorne. Also muss ich. Ich weiß gleich schon, wo ich langfahren muss. Achtung. Da lang. Genau. Da lang. Und dann da lang. War ich da schon mal? Ich muss ja schon mal auf eine Feste.